Einfach weil den TNT zuviel rumgespielt wurde. Batman! Hitman! Hitman? Batman! Naja, kann man wenigstens ein Stack eisen. Also ich seh hier schonmal 64 und äh... Eisen? Bissens viel Stein! Oh, Gold hat er auch noch. Acht, sechs Stein, Gold und Eisen. Batman! Mein Pferd ertrinkt! Pferdchen! Äh, ja, Stein ist sowieso scheißegal. Fettpferd! Alter, was geht bei dir schief?! Oh, Eisen! Batman! Du darfst vergessen, er heißt Nils! Weißt du, wen ich gleich aus dem TS rausgehe? Weißt du, wer mich gleich geht? Ja, ich, dich auch. Weißt du, wen ich gleich gehe? Komm, komm! Schlag Kalle! Tu es, tu es, tu es! Du willst den Tod erleben! Nein, ich schlag Kalle nicht! Nein, nicht du! Nils soll ihn schlagen! Einfach so aus Prinzip! Ich lauf jetzt einmal außen rum, hau ihn einmal und dann renne ich wieder weg! Ich will ihm grad einfach nur ein bisschen auf den Piss gehen! Alex, kannst du die Eier wieder reinlegen? Das hat sich grad Lust nicht einlegen! Okay, aber ich will jetzt erstmal hier meine... Ich befehle dich voll die ganze Zeit hin und her! Verbindung zu meiner Festung machen! Nein, 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 nein! Alter, jetzt! Ernsthaft, halt die Fresse oder ich kill dich! Scheiße, Mann! Du wüsstest du sehen, das ist so witzig! Das macht denn jeder, du... Das ist eben grad deswegen nicht witzig. Ich trolle ihn einfach! Ähm, Nils, wenn du sagst du trollst jemanden, dann ist es nicht trollen, dann ist es Zuständer! Ich sag's ja! Oh mein Gott, ich hab verzauberte Chainboots gefunden! Ich kann dir verzauberte Hose geben, wenn du willst. Wie? Geil, Alter. Das ist so ü-bohr-geil, Alter. Könnte ja schon fast geil sein, aber es ist leider nicht. Das könnte jetzt gerade als Hörspiel gelten, was hier abgeht. Bei mir. Batman! Hörspielstunde mit Nico. Und heute hören wir die Season. Vorgelesen von Hufus Beck. Heute hören sie die Minecraft-Season. Vorgelesen von Vin Diesel. Okay. Der war nicht mal lustig. Der war ernsthaft nicht mal lustig. Okay. Vorgelesen von Adolf Schwarzenegger. Nein, ich meinte, Jim, wir trugen uns Beck. Alter, du hast schon wieder die N-Bombe gejobbt. Alter, Alex, ernsthaft. Komm mal auf, die N-Bombe zu roppen. Ernsthaft. Was? Nur schwarze Dürfen. Ich dachte doch, keine N-Bombe. Nur schwarze Dürfen. Nika-Rapper. Er sagt das ganze Zeit Batman. Batman. Ah, keine Picke mehr. Okay. Irgendwas ist irgendwie anscheinend bei ihm so lustig, dass er immer 0 auf 15 lachen muss. Was denkst du, hat er geraucht? Zu viel. Was glaubt ihr? Schau, ihr steht. Ihr steht vor eurer Kiste und plötzlich kommt hinter euch einer am Boot angefahren. Und? Das hatte ich schon öfter. Das ist schon fast alltäglich für mich. Wie macht ihr Screenshots? Mit F5. Gar nichts. Ne, mit F5 gibt man einen anderen Modus. F1. Alt F4. Alt F4. Alt F4. F2 macht sich Screenshot. Geht's im Ernst? Oh Gott, der hat mich gesehen. Was, was, was? Kubi? Kubi, 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 Kubi. Irgendwo ist hier Kubi rum. Ich seh Kubi nicht mal. Wo ist der Spacken? Ja, frag ihn halt. Batman. Ich brauch ein neues Batmobil. Alter, ich fühle dich gerade in einen anderen Chat drüber ernsthaft. Am besten in den AFK voll deppen. Egal, lass. Es gibt so einen. Erstmal nachgucken. Ne, gibt's gar nicht. Ich hab den nicht erstellt. Verdammt, wieso guck ich da? Woah. Scheiße, Verbrenner. Ich kann unter dem Ding hier runter. Der Koch-Alex, ernsthaft, was machst du? Du musst wissen, ich habe nur noch drei Herzen, dann kommt ein Zombie, der brennt, an und verbrennt mich. Da, sie kommen, um mich zu holen. Nies du, Nils, das, was Alksander passiert ist, das ist lustig, aber nicht Batman dauernd zu sagen. Batman. Ich bin aus Dummheit verbrannt, also das ist wirklich Dummheit. Da. Weil ich es nicht schaffst, ab schnell genug zu schalten und den scheiß Zombie zu holen. Wo bist du denn? Eliminieren. Achso, ja, hä? Alter, ernsthaft? Nimm mal Essen mit und heil dich mit dem Essen die ganze Zeit mal voll. Das hilft echt, Alex. Ich habe nichts mehr zu essen, weißt du? Nein, ich bin jetzt nicht zu dumm. Ich bin zum ersten Mal auf Jans Seite. Er hat's verdient. Ja, er hat er. Du reitest gerade auf dem Pferd von denen weg. Ich bin doch tot, aber ich hätte es fast geschafft. Egal, Part 2. Er kippt nicht auf, oder? Let's play, let's try again. Alter, ich glaube, ich nehme jetzt auf. Let's try again. So heißt das. Ich nehme auf. Das kannst du da mal rein. Irgendwie wieder ein Film. Nils Challenge, um dich um das scheiß Pferd zu klauen. Tschüss, Tiberius. Oh, das ist deppert, das ist doof, aber... Naja, das kann ich irgendwie lösen. Das schaffe ich. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Ja, red dir nur, red dir nur, red dich... Verdammt! Red dir nur was Gutes ein, das wird eh nicht klappen. Nein, 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 nein. Wenn ich mal sage, es klappt, dann klappt das in Minecraft bei mir immer. Mhm. Ähm, ich bräuchte nur Holz für den Böder. Problem Nummer 1 gefunden. Problem Nummer 1. Ich brauche Leitern. Problem Nummer 2. Wo ist mein Holz? Ah, hier habe ich eh noch Eichelholz. Warum nicht da eigentlich Stroh? Hier habe ich noch Eichelholz, das ist gut, das ist gut. Ich habe den scheiß Eichelholz, willst du, haben... Reingeführt, ne? Ja, das heißt extra so Eichelholz. Ja, seitdem sage ich, das ist extra, weil es einfach ein bisschen schlecht ist. Ey, ne, wenn du Beine willst, ich habe einen Goldbein-Schutz mit, ähm... Haltbarkeit, zwei und schutzig. Ich muss... Meine einzigen Waffen, die ich benutzen darf, um das scheiß Pferd von denen zu klauen. ...ist ein Schwein. Ich, weißt du, schau, ich hole mir jetzt so einen Schweinesattel und komme auf meinem Schwein da angeritten. Dann brauchst du aber erst mal eine Karotte auf, äh, aufm, auf eine Angel... Verdammt! ...damit du es irgendwie lenken kannst. Find the problem, problem found. Ich sneak mich jetzt da rein, ich sneak mich jetzt da rein. Like, brief. Aber sie, sie müssen es ein bisschen bemerken. Sie sollen es bemerken. Ich will sterben! Nein, nein, so dass sie mich jagen, so dass sie mich jagen. Alter, ich muss megamäßig pissen. Es muss wie in Assassin's Creed sein, mein Freund. Ähm... Alter, ich muss megamäßig pinkeln. Tragen des Tages eins. Wer von uns beiden hat mehr Assassin's Creed im Blut? Ich und du. Alter, verdammte Scheiße. Gott, ich hab ein Pferd. Kennt ihr diesen Druck auf der Blase? Nein, ich hab noch nie gepinkelt, weißt du? Elf. Dann Zweiergänge. Ich hab, okay, Eier hab ich auch noch, perfekt. Alter, muss ich pissen. Just for the disrespect, just for the disrespect. I got one. I got a hip. Hop, hit it. Hit it, hit it, hit it, hit it, hit it, hit it. You won't stop there. Okay, got a hip. Hop, hit it. Okay, Kartoffeln hab ich jetzt auch. Kartoffeln? Kartoffel? Nein, nein, du darfst nicht das gleiche sagen wie ich. Du musst etwas anderes sagen. Okay, Kartoffeln. Tüften. Boah, Alter, Leute, ich brech die Gaufnahme jetzt kurz ab. Ich muss kurz pissen. Kleinen Moment. So, wieder da. Oh, äh, woer doll? Weißt du, ich komm rein, Creeper. Landert. Nein, mein Boot ist weg. Scheiße, ich will nicht wissen, wie das jetzt für die aussieht. Ja, hartgeil. Okay, ich hab das Boot hier geparkt, jetzt meine Fluchtmöglichkeit. Obwohl, ich will ja auf dem Pferd entkommen. Fuck. Jetzt wird abgedacht, meine Freunde. Abgegiszt. Alter, ich komm mir grad echt vor wie so ein Spaß. Du kommst dir nicht nur so vor, glaub mir. Ich tauch so unter Wasser, vor allem. Du tauchst unter Wasser. Unter Wasser? Was bist du für ein Gangster? Die hab ich da nicht gesehen. Ich hab noch nie geschafft, unter Wasser zu tauchen. Die haben mich noch nie gesehen. Ich hab bisher nur über Wasser geschafft. Ich bin mir ganz sicher, sie haben mich noch nicht gesehen. Gott, Assassin's Creed. Ich sag's nochmal, das ist nicht Assassin's Creed. Was du machst, das ist Splinter Cell. Splinter Cell. In Assassin's Creed werden schon alle tot. Nein, sie haben mich gesehen. Dank meiner Vorwarnung sieht dich jeder. Auch nicht irgendwie... Verdammt. Egal, ich hab mein Boot, ich hab mein Boot. Ich hab mein Boot den ganzen Tag. Ganz egal, was auch mein Wasser gegen hat. Ich rauch mein Gunjar den ganzen Tag. Lalalalalalalalalalalalalala... Äh! Fahr! Fahr! Los, Pötchen! Gib Stoff! Gib Gas! Werde verfolgt! Aber ich bin ein Jude, ich darf nicht verfolgt werden! Alter, bring den nicht dauernd ernsthaft! Wiederholungstäter, das ist er. Er ist ein Wiederholungstäter! Wow, Spinne! Okay. Meinst du, ich schaff's nicht irgendwo bei denen zu verstecken? Hey, hier ist mein Pferd. Ein Wesen namens Mutti hat bei mir wieder voll genervt. Fuck! Kennt ihr jetzt? Ich bin ein Wesen. Ich bin wogegen gefahren. Eine Verbindung zu meiner Festung, zu meiner Mine ist erledigt. Heißt, ich hab mein Sold erfüllt für die heutige Staffelaufnahme. Ja, meiner ist jetzt noch am machen, aber ich bin fast fertig. Ich muss jetzt nur noch verschönern den Durchgang und zwar indem ich den Eingang noch irgendwie verdecke, weil der ist ja ziemlich offen zur Zeit. Ganz unauf. Die Schatten müssen wir sein. Ich glaub, Nils hat gerade voll den Adrenalinkick. Auf jeden, Alter, ich steh hinter denen und sie sehen mich nicht. Also sehen sie dich. Nein, er hat eben gesagt, dass sie ihn nicht sehen. Dann sehen sie ihn natürlich nicht. Weil's so ist. Denk ich zumindest. Qubi hat mich nicht gesehen. Ich steh hinter ihm und er sieht mich einfach nicht. Alex. Was? Denkst du, das ist lustig? Nein. Das ist so lustig, dass ich sogar schon fast einpennen muss. Und das auch. Was sollen wir dann jetzt machen? Fahr, Nils. Fahr. Er wird sterben. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Er klingt gerade irgendwie wie so ein verrückter Doktor oder so. Wow. Ich rauch meinen Ganjar den ganzen Tag. Er klingt nicht wie so ein verrückter Typ. Er klingt eher wie ein Drogenjunkie. Ein Drogenjunkie auf irgendwas mit Crack. Ich würd sagen schlimmer. Scheiße, Mann. Nils ist auf was Schlimmerem. Nils ist wahrscheinlich auf... Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts Lustiges ein. Er ist auf Pilzen. Ich hab's nicht geklaut. Nils. Wir haben gesagt, dass wir nicht klauen. Das wusste ich nicht. Ja. Haben wir aber gesagt. Los, Ferdinand. Du sagst das. Alter, ernsthaft. Lass den Name-Tag holen. Und dann, ähm, das Pferd so ein richtig Scheiß-Namen geben. Wir müssten eigentlich irgendwann mal ein Schwein nach Nils benennen. Ja, können wir mal machen. Das wär lustig. Und dann nennen wir noch ein weiteres Pferd Batman. Das ist auch lustig. Nils und Batman. Ne, das ist dann Batman und Robin, nur in Batman und Nils. So was ist lustig. Batman. Batman. Redman. Äh, Batman. I came here like a red. I'm a bad nigger man. Ich hab' mal wieder die Endbombung getroppt. Fuck. Alter, ernsthaft. Was hast denn du heute? Ah, ich bin halt irgendwie so rassistisch ausgelegt. So. Okay. Das gehört bestraft, Dummheit. Dummheit gehört bestraft. Ende. Wo hast du sein Pferd hingemacht? Bonjour. Oh, ich brauch Fackeln, alter, Fackeln. Alter, Nils, wo hast du sein Pferd hingemacht? Ich hab' es versteckt, wo es niemand finden wird. Klingt grad wie so ein verrückter Professor.